Ahoi Leute und Willkommen zum nächsten Part von Tidecrestbord, ich bin bei Immortortron, YOLO, Swag, Dogez, Chantal, Wolfi, YOLO, Swag, LaFischi und das Wurm-Monster-Alprompfi. Ahoi. Der Part kommt jetzt wahrscheinlich erst am Sonntag, weil wir Aufnahme-Schwierigkeiten hatten, beziehungsweise Fisch hatte nie Zeit. Ja, ja, erzähl bloß. Ja, du hast mich nie angeschrieben, sonst schreit euch an, lass jetzt aufnehmen und ich so, okay, Stunde oder so. Und dann so die Woche so, hey, Bock aufzunehmen? Nee. Na, du hattest nicht so gut. In der Stunde am Anfang der Woche hab ich gefragt, Bock aufzunehmen, weil wir wollten eigentlich am Dienstag aufnehmen. Gucken. Muss auch nicht sein. Gucken. Und dann hat er den Rest der Woche nichts mehr geschrieben. Ja, das stimmt. Und dann schreibt er mich immer an. Ich hab's vergessen. Ich hatte wirklich komplett vergessen, dass wir aufnehmen wollten. Die ganze Woche über. Ich hab Dragona gefunden. Ich auch. Oh, ich hab Erfahrung geschreien. Meiner. Du bist fast tot. Ja, die Dragona ficken mich hier noch ein bisschen. Hallo, macht doch den verfickten Stun. Oh, ich hab grad die falsche Schastgäste gedrückt. Was sind die denn grad so gut, Alter? Die Bogenschütze machte mich die Schaden. Die Dragona töten mich voll. Ja, bei mir sind das Dragona Bogenschütze. Scheiße, die töten mich fast. Ich bin auch grad schon fast gestorben. Soll ich zu dir kommen? Du möchtest? Wir sollten vielleicht nicht so viel alleine rumrennen. Du rittst ja immer weg. Du Assi, Alter. Oh, danke. Was? Klingen harnisch, grün. Gib mir den. Ach, der ist gar nicht so gut. Ich hab... Okay, ich hab Rüstung mit 100 Rüstung, also. 92 Rüstung, 27 Stärke, 80 Leben, 55% Gesundheitsregeneration. Willst du den sicher nicht haben? Nö, ich behaupte meinen Meister-Curas. Ähm, ich mag meine Rüstung eigentlich nur so gerne, weil sie einfach mal 121 Rüstung macht. Achso. Ne, ist kein Zett, ist einfach nur Gold. Ich glaube, du wolltest ja ein Zett da haben, ne? Ja. Der Schamani, ja, hier gibt's deine Leute wenigstens, nicht so wie du. Bist du eigentlich? Ja, du bist schon wieder weitergelaufen. Ja, ich dachte, du kommst mit und liest dir nicht 3000 Jahre lang deine Rüstung da durch. Ja, doch. Alles dann. Das ist ja auch nichts anderes. Man kann's auch lassen, oder? Ja. Kishi hat es doch geschenkt gekriegt. Stimmt, da war ja was dieses Pop-Schutz und so ein Scheiß da alles. Ne, Pop-Schutz ist ja das, was du davor hast. Wir haben keine Ahnung davon. Wodurch du redest. Kein Todtechniker. Wodurch das Ganze auch schon ein bisschen gedämpft wird, aber halt nur von vorne. Und sonst hast du halt halt noch den Hall vom Raum, sag ich jetzt mal. Und den kannst du unterbinden, indem du, ähm, ja. Eine Flasche Wodka hinterstellst. Was? Eine Flasche Wodka. Nein, damit kannst du aufhalten, dass es nicht besoffen ist. Dann wird dein Mikro immer besoffen. Das ist ein bisschen nervig. Ist gut. Boah, meine Nase, Alter, ne? Hört man auch, leider. Ja, ich bin übrigens immer noch erkältet. Immer noch? Seit irgendwie drei Wochen oder so. Kenn ich. Ich bin so das ganze Jahr erkältet ein bisschen. Ja, und, ähm, das war ein bisschen doof. Ne, das war echt ganz cool. Aber wir müssen ja aufnehmen und wir wollten auch aufnehmen, weil es halt Spaß macht. Seit einer Woche schon. Ja. Oh, hier geht's weiter? Oh, danke. Was? Ja, ich hab dir angerufen. Was ist gepolt? Was ist denn das Dragon auch noch? Okay, okay, okay. Geht's hier noch irgendwo weiter? Da oben war ich schon. Äh, ich noch nicht. Ja, hier ist alles erkundet. Oh. Okay, ich warte hier auf dich. Das, das, das Gebiet ist halt irgendwie so ein bisschen komisch, ist, der, der Farbstige verpüßt, ist alles so trist. Ja, ist halt, äh, nur Vulkan gegen sie zumindest sowas. Weil der Ahn, weil es sich nicht an wie Vulkan. Ja, aber ich, äh, meinte eigentlich, wenn ich den Brennen in den Dragon an und. Ein Öl, der war, Wusau, ein Scheißteil. Denkt doch, ich rede nach vorne. Ein Öl, der, des Wusau. Wusau könnte irgendwas sein, keine Ahnung. Ich wollte gerade was Schlaues sagen. Wasabi. Oh, Wasabi ist so scheiße teuer, äh, scheiße scharf, Alter. Ich will Wasabi essen. Ich hab neulich, äh, Meerrettichsalat gegessen. Ich hab ihn nach Afghanistan gemacht. Kennst du Meerrettich? Ja, geht nicht so direkt. Also ich, äh, äh. Das ist das letzte Portal. Jo, stimmt, geil. Dann kennst du's ja ab gleich wieder. Ja, stimmt, wir sind ja aber beim Wusau. Ich weiß nicht, was ein Wusau ist. Das, äh, das nächste, was kommt, die Höhlen des Wusau, glaub ich. Ich glaub, die kenne ich. Die sind so ein bisschen größer, ne? Ja, das sind die, wo du schon zweimal durchgegangen bist oder so. Sagen wir 20. Ja, wenn man einfach ins und stirbt. Hier wär super. Ähm, wo bist du? Ich steh direkt neben dir. Ich hab dich nicht gesehen. Direkt. Ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Weißt du, ich war so direkt so vor, äh, neben dir. In mir, du warst in mir, sagst doch einfach. Ja. Oh, geil. Oh, schlack. Oh, schlack. Ist das das letzte Portal? Wahrscheinlich. Ja. Wusau, ja, genau. Jetzt kommen die Höhlen, das Wusau. Ich seh schon die Höhlen. Davor kommt noch mal was Interessantes. Weiß ich nicht. Skeletta, mir find ich, ist nicht so interessant. Alter, meine Nase, ey. Ich hab Bock auf Skyrim. Ernsthaft? Ja. Nach dem Gespräch gestern. Ja, Mann, ich hatte gestern auch viel geklust. Wo bist du? Scheiße, ich bin fast... Weißt du, ich bin sogar extra aus der Gegner rausgekommen und stehen geblieben. Hab ich dich getroffen? Ja. Oh, ich bin richtig gut, Alter. Ein Korb. Komm schon, Gold, 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 Gold. Was, wie hast du das bei... Ich hab die Falschassen, glaube ich, gedrückt. Ja. Ich hab X gedrückt, da kam nichts. Du hast überhaupt nicht versucht, das aufzuheben, Mann. Ja, bei mir kam da auch nichts. Ich wollte es ja aufheben. Okay. Du hast die Arcade vor mir, glaube ich. Wie viel sterben hast du fast dafür? Also, weißt du, was super wäre? Was denn? Hier, äh, Arcane Formel, äh, Buch der Träume. Sag ich doch, Berg, äh, Höhlen im Wusau. Ich hasse es manchmal hier. Oh, nein. Äh, das sind übrigens große Dragoner. Äh, von denen hab ich ein bisschen Angst. Weißt du was? Ist dann... Todeslanze. Nein, das sind keine großen Dragoner, das sind Alttragoner. Same. So stark sind die jetzt aber nicht, oder? Äh, ich hab fast keine Gesundheitstränke, mir nur noch 18 Stück. Ich hab 33, was machst du mit den ganzen Gesundheitstränken? Trinken, weil ich nicht so viel Leben hab, Mann. Ich hab auch nicht so viel Leben. Und ich hab... Ich bin nicht meine Lieder. Oh, ich bin tot. Ich hab die gestunt. Ja, das war grad meine Rettung. Ich war grad fast instant tot. Willst du Kampfstandarte haben? Hier. Alter, guck dir an, wie schnell ich sterbe. Das ist, was ich immer die Aggro hab. Das ist doch gut. Ja, für dich. Dann könnte ich mir wenigstens ein bisschen Schaden machen. Stimmt, du bist ja die Idee. Guck dir, du hast den Kampfstandarte gelegt, die dir irgendwas bringt. Warum leuchten die alle? Ähm, weil du schon gut das. Ich hör den Jammern. Mach das. So einzeln sind die gar nicht mehr so stark. Aber ich hab Ujats aus Horus. Der hättest du auch aus Dingsnaus, äh, äh, Ägypten. Ja. Hier, der ist für dich. Nein, ach Mann, ich mach immer versehentlichen Zauber. Hier sind vier Zauberer. Zauber macht mir übrigens ziemlich viel Schaden. Habe ich dich getroffen? Ja, Mann, ich bin grad reingelaufen, wollte es dann. Das ist mir aufgefallen, die machen immer noch verdammt viel Schaden. Okay. Oh, keine Formel. Du hast keinen Platz mehr. Ich bin voll. Ich bin auch fast voll. Nein, lass uns mal kurz verkaufen gehen. Wir machen doch, wir wollen das ja eigentlich mal hinter den Parts noch. Wir machen aber, ja, vergessen wir es immer. Chang'an, ne? Äh, ja, ich hab grad ein kleines Problem. Hättest du vielleicht vorher sagen sollen, bevor ich mich weggepowdered hab. Schnell, okay, für mich. Ich geh mal durch dein Portal. Oder ich mach mir einfach direkt daneben eigenes. Oh, meine Nase. Ich glaub, ich muss meine blauen Beinschienen langsam ersetzen. Warum? Die haben nur 72 Rüstungen und ich hab grad goldene mit, äh, 96. Das Regeneration, ja. Meine auch noch 72, aber dafür haben sie auch, ähm, halt Z-Gegenstand, ne? Ja, meine sind ja kein Z-Gegenstand, das war einfach nur ne blaue. Wie könnte man nur einen Stapel diesen florieren? Und hast du schon die Hand verziehen? Tun wir leid. Oh Gott, Schnauze. Sorry. Der geht mir so richtig auf den Sack, ne? Ich hab ja auch grad welche 92, ey. Ich hab einen Meisterhelm und ne Umhang, ne, ich hab einen Umhang des Kriegsherrn, die Meisterrüstchen hab ich verkauft. Okay. Weil mein Ding ist, war doch eine Meisterrüstchen, ne? Ne, Meisterumhang. Bei meiner Kriegsherrin Umhang ist besser. Ich will mein Amulett eigentlich gar nicht tauschen, was aber voll geil ist. Meins auch, Alter. Und mal, war der Helm grad besser? Nein. Wahrscheinlich nicht. Ich hab noch Essenz von Wohnstadt des Drachenkönigs. Okay. Ich hab, ich hab mehr Gesundheitstränke, als ich überhaupt haben möchte. Ich möchte normalerweise 30 Stück haben, ich hab jetzt 32. Ich leg dir mal dein komisches Ding hier drin und pack den Rest in meinen... Ah, ich muss noch ein paar Sachen ins Übergabereich packen, fällt mir grad auf. Ach scheiße, ich hab die Beinschen verkauft, oder? Nein, so glück nicht. Ich hatte grad Angst. Wiedersehen. Oh, der Helm ist geil. Ja. 50% Gesundheitsregeneration. Sieht auch gar... Sieht auch richtig geil aus. Sieht aus wie so eine Ninja-Rüstung. Okay. Ähm, Dämon-Loot. Ich möchte immer 50 Gesundheitstränke haben und hab die sofort leer, meistens. Ich hab meistens 30 und nach dem Dungeon komm ich dann mehr als 30 raus. Ja, weil du kaum welche nimmst. Und weil du fast alle kriegst. Das ist ja das Ding bei dir, du lootest einfach alles. Ja, aber ich geb das wahrscheinlich einfach mal 60 Stück. Oder 10. Hast du bisher einmal gemacht? Ich hab das einmal auch dir 5 gegeben vorher. Ja, okay. Die Karawane ist wie ein Gedächtnis. 15 Tränke hab ich dir ja schon ausgegeben. Eins, das niemals vergisst. Ja, voll süß von dir. Hier, schon mal zurück nach Höhle. Ja, ich schmied grad noch was zusammen. Wir haben jetzt, ähm... Irgendwas fertig mit Geschicklichkeit und Verteidigungsqualität. Und was mit Feuerwiderstand und Gesundheitsregeneration. Ist das hier schon die große Höhle oder ist das eine Vorhöhle? Nein, das ist... Das ist... Naja, die geht immer weiter unter, ne? Ich dachte grad, das läuft. Du hast da noch... Ach, einer. Jesus, das ist jetzt da hingekommen. So. Ich friss. Im Übrigen ist, äh... Simon... 72.000 Erfahrungen... Ne, ne, nicht 72.000. 62.000 Erfahrungen hab ich grad schon gemacht. Ich glaub ich nicht. Warte, ich kann mal kurz nachgucken. Äh, oh, ich hab auch so viel. Ja, ich hab auch 60.000 Erfahrungen halt gemacht. Ja, wir haben vor dem Park geguckt, wie viel uns noch fehlt. Hat man bei mir sogar im Intro, also im Start gesehen. Oh, Zombies, wie süß schwach die sind. Oh, guck mal, die Bastarde. Sauber. Guck mal, ein Stun. Also dieser Ring und mein Sun ist echt die beste Komodyskip. Ich glaub, wir sollten uns zusammen immer erstmal auf einen konzentrieren und den platt machen. Ich glaub, ich hatte grad Agro und ich war todesgesloten. Der, der hat grad trau... Oder hast du jetzt den Traumangriff, den Traumwärble? Ich hab die gemacht. Ach, die Unterröhren. Okay. Aber ich dachte grad, der hat die auch gemacht. Oh, alle meine Tiere sind tot. Sehst du, du hast jetzt schon wieder alle Gesundheitstränke gekriegt. Ich hab einen aufgesammelt. Zwei. Nein, ich hab zwei Tränke genommen und einen hab ich jetzt noch extra aufgesammelt. Okay. Ich hab übrigens, äh, mein Klingenschärfen und meinen Giftangriff hier hinten auf das zweite gepackt. Weil, keine Ahnung. Brauch ich nicht unbedingt zwei Plätze damit verbrauchen. Sag einfach weil ja. Weil Jörg, Jörg hat mir das gesagt. Jörg weiß alles. Was machst du da? Weiß ich nicht. Das sah grad so aus, als wäre dein geheimnis Secret. Aber da war keins. Schade, dass es hier nicht so welche Easter Eggs gibt wie ein Sacred. Ja. Gibt es hier eigentlich überhaupt irgendwelche Secret Easter Eggs? Bis auf das Schildkröten-Scheiß-Tel? Nein, bis auf das Schildkröten-Scheiß-Tel nicht. Wir müssen übrigens bald mal weiter das Sacred-Let's-Plane. Das könnte ja inzwischen wieder funktionieren. Ja, es funktioniert doch auch. Haben wir noch nie ausprobiert. Ich hab's nicht installiert, weißt du doch. Achso. Ja, aber ich denk mal, die Chance ist hoch, dass es jetzt wieder geht. Weil es lag ja daran, dass ich den Netzwerk nicht mehr beitreten konnte und keinen Server gesehen hab. Ja, genau. Und auf Windows 7 geht das, ja. Ich hab heute übrigens 20 Minuten gebraucht, um mein Betriebssystem zu wechseln, weil... Swag. Ja, und Jörg, ich weiß immer noch, dass ich da oben draufklicken kann mit meinem Heilzauber, aber das mag ich nicht. Das mag ich auch nicht. Und die Rüsten. Hast du die gerade alle einfach getötet? Ja. Ich hab die gerade alle gewonnen hättet. Ich wollte zu allen hingehen, sie schlagen und dann sind sie alle schon vorher tot. Ich hab die alle gewonnen hättet. Oh, guck mal, was bist du denn für ein hässliches Ding? Du bist tot. Wir sind nicht so stark, oder? Nee. Vielleicht der ist ja irgendwas lieber König, aber nee, der... Also davon können wir gerne mehr töten. Oder sind Skeletti, mag ich nicht. Mach du nicht mal bitte tot mit deiner Traumwelle. Bitte, Magi hier hinten. Oder ich hab sein Mana. Wieso mach ich plötzlich so viel Schaden? Weil du immer so viel Schaden gemacht hast, Digga. Oh. Hier geht's anscheinend weiter. Dann gehen wir erstmal... Nee, hier oben ist noch ein kleiner Gegner. Scheiß. Okay, mein kalkulierter Schlag. Und wenn ich mal meinen Doppel-Angif... Diesen Schlachten-Angifter mache, dann... Mach ich schon ganz viel Schaden. Ich hab ja auch immer noch dieses... Äh... Den Phantom-Schlag, den ich gerade nicht benutze. Von dem Leon so überzeugt ist. Der Phantom-Schlag ist eigentlich nicht so toll. Ich find den's auch nicht so krass. Er ist hier, aber ist nicht so, dass ich dir sage. Ja, den musst du hundertprozentig skillen, dass es das Beste wo gibt. Ja. Ist so. Wie viel Steufe gekommen noch? Ich glaub noch mindestens drei, oder? Ich glaub drei insgesamt. Also eins weiß ich hundertprozentig, was noch kommt. Ja. Den Rest da müsste ich raten. Die sind ekelhafte Gegner. Welche töten wir zuerst? Äh, ne, Feuer. Ich würd sagen, das ist Eisteil, aber okay. Scheiß, die waren noch gestunt? Irgendwie machen die Männer Schaden. Gleich gebrannt, oder so. Ich hab glaub ich Argo von zwei, also schlag du die Tod. Ja, alter, der Phantom-Schlag ist auch ein bisschen gut. Ja? Ja. One-Hitted fast die Viecher hier. Ich könnte auch mal meinen Todeschlag benutzen, aber... Na. Hier wird übrigens super demnächst. Danke. Äh, da war ich doch schon wieder einen. Oh, guck mal, Konstrukt. Ich hasse sowas. Warum? Die machen doch nicht mal Schaden. Geht's doch da hinten auch weiter, oder soll das nur so aus? Ne, ich glaub, es soll nur so aus. Ich komm immer versehentlich auf die rechte Maustaste. Ich hab bald ein Level. Nice. Ja, ich auch bald. Nice Level ist nochmals höchstens, 75? Ja. Okay. Hälfte haben wir ja bald. Ja, Hälfte haben wir. Dann müssen wir theoretisch noch alle drei weiteren Schwierigkeitsstufen durchspielen, weil da neue Gegner kommen. Zwei Schwierigkeitsstufen. Ja. Du hast heute weiteren drei. Nein, alle weiteren. Guck. Alle weiteren drei gesagt. Okay, das ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich stehe in der Giftfolge. Oh, scheiße. Das sind doch ganz schön Schaden. Vielleicht Zauberer. Okay, hier bin ich einfach durch. Ich habe gar keinen Gegner bekämpft, als ich mit meinem Schichtcharakter hier war. Ja, ich weiß. Du bist gar nicht mehr so groß in Erinnerung. Das erste Mal, als ich hier durchlaufen habe, habe ich mir einfach den Weg gemerkt. Beziehungsweise auf der Karte wurde es ja auch markiert. Ich habe versehentlich irgendwas gerade geheilt, was ich gar nicht heilen wollte. Ja, ein Heal wäre super. Du hast wirklich kein Mana. Ich weiß. Soll ich den Healtrang nehmen? Ich habe falsch gezielt. Jetzt kommen wir, glaube ich, an das, was ich kenne, oder? Das sieht übrigens riesig schön hier alles aus mit dem schwarzen Untergrund. Ja, wirklich so. Ansonsten also die Textur von dem Boden finde ich extrem geil. Ja, aber die hätte mich einfach so behindert. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Geil, Robin? An mein Messerchen. Achso. Die Struktur von dem Boden? Ja, schon ein bisschen. Aber nicht so viel. Gittig hübsch. Mir gefällt das Design hier. Das ist ein schönes Layout hier. Bis auf den schwarzen Hintergrund. Ja, ich meine so das... Allgemein dieses Stein-Formations-Dreckscheiß da. Ja, finde ich auch extrem cool. Moment mal, wir müssen hier noch ein Teilchen töten, oder? Ja. Den letzten. Und dann müssen wir noch das andere töten. Naja. Das nette Typ was. Ja, das ist gemein. Wir können hier ein Nesa-Portal machen. Ja, aber wir haben keine Diamantspitzhacke, Freddy. Sicher? Ja. Ich glaube, ich habe einen aufgesammelt. Der Part ist übrigens auch vorbei, wie man jetzt vielleicht hört. Ja. Dann würde ich sagen, wir müssen uns noch weiter auf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute. Tschüss.